hallo allerseits herzlich willkommen zu einem info video oder umfrage video vielmehr ich würde gerne von euch etwas wissen und zwar habt ihr vielleicht jetzt schon das gesehen hier unten links im bild das bin ich und zwar habe ich vom entwickler von animes eine eine ja für einen gewissen zeitraum eine pro version bekommen und jetzt würde ich gerne wissen von euch ob ihr das wollt dass ich auf meinen videos als dieser avatar oder einen ähnlichen avatar zu sehen bin darum bitte schreibt in die kommentare ob ja oder ob nein oder was eure ideen dazu sind würde mich interessieren würde mich freuen wenn ihr mir schreiben würdet gut so ich werde unabhängig davon werde ich jetzt mal ein paar videos damit machen und dann schauen wir mal wie es ankommt bei euch gut ich würde sagen für heute war es das vielen dank fürs zusehen und bitte in die kommentare schreibt dankeschön ciao ciao und